Wenn du kennst Lutris noch nicht, dann ist das Video quasi Pflicht für dich. Und hier mit euch ein herzliches Willkommen. Die Frage ist erstmal, was ist Lutris? Lutris ist eine Spiele-Plattform, wenn man so will, bzw. ein Manager, wovon man alle seine Spiele ausstarten kann, manche Spiele installieren kann, Einstellungen vornehmen kann. Also eigentlich ein Tool, womit dir die Spieleverwaltung und die Einrichtung von Spielen sehr, sehr einfach gemacht wird. Ich wollte Lutris am Anfang auch nicht so richtig eine Chance geben, aber dahinter verbirgt sich dann doch ein bisschen mehr. Zum Beispiel kann man hier mit einem Klick quasi einmal Leech of Legends ganz einfach spielen, Overwatch zum Beispiel, Witcher 3, Warframe oder auch Battlefield 5 oder Elder Scrolls Online. Das sind jetzt nur ein paar hier, zum Beispiel auch World of Warcraft. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Spiele, wofür Lutris verschiedene Installer anbietet und quasi dann so die Funktion von Play und Linux ersetzt. Aber nicht nur das kann Lutris, Lutris kann auch deine gesamten Spiele verwalten, sei es ob sie über Wine installiert wurden, über dein ganz normales Team oder ja auch ganz normal nativ auf Linux. Ich zeige euch das Ganze dann gleich mal auch auf meinem System, wie das dann aussieht. Aber am Anfang zeige ich euch, wie ihr Lutris ganz einfach installiert und dazu braucht ihr jetzt keine spezielle Linux-Plattform. Dazu braucht man jetzt eigentlich keine spezielle Linux-Distribution. Das funktioniert eigentlich auch auf ziemlich vielen anderen Linux-Distributos. In meinem Fall nutze ich hier wie immer Linux Mint, aber ja, sei es euch freigestellt, was ihr nutzt. Dafür müssen wir hier einmal auf Download gehen und hier sind Installationsanleitungen für die verschiedensten Linux-Distributionen. Ihr seht, das sind schon noch ein paar und falls eure Distribution hier nicht aufgelistet ist, dann könnt ihr hier eine TARXZ-Datei downloaden oder auch gleich den ganzen Source-Code downloaden und das Ganze kompilieren. Selbstverständlich ist Lutris Open Source und ausschließlich auch nur für Linux. Und daher auch perfekt optimiert. Ich empfehle euch tatsächlich in diesem Fall das PPA hinzuzufügen und dann darüber Lutris zu installieren, weil dann haben wir die aktuellste Version und die ganzen Spiele, die hier aufgelistet sind, funktionieren dann mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Und dann würde ich doch mal sagen, machen wir das mal zügig. Ich öffne im Hintergrund einmal den Terminal und gebe die drei Befehle ein. Ihr findet sie auch in der Videobeschreibung. Falls ihr eben eine andere Linux-Distro nutzt, befolgt da einfach die Anleitung dafür. Ich gebe mal mein Passwort ein und dann muss ich am Ende noch die Eingabetaste drücken. Ich denke, das Prozedere kennt ihr auch so langsam in- und auswendig. Hiermit fügen wir gerade eine Fremdquelle hinzu. Was eine Fremdquelle ist und was sie theoretisch mit eurem System anrichten kann, habe ich euch jetzt rechts oben verlinkt. Und nach kurzer Zeit ist das Ganze hier auch schon fertig. Als nächstes müssen wir unseren Zwischenspeicher aktualisieren. Das heißt, wir geben ein sudo apt update. Und je nachdem, wie schnell eure Internetverbindung ist, ist das dann auch wieder innerhalb wenigen Sekunden fertig. Und am Ende installieren wir unser Programm mit sudo apt install Lutris. Und dann geben wir einmal J und die Eingabetaste ein. Und dann wird auch schon alles installiert. Lutris selber ist nicht groß. Das ist, wie gesagt, erstmal nur ein großer Spiele-Manager, der euch wirklich hilft, besser mit euren Spielen zurecht zu kommen. Und dann zeige ich euch das Ding doch mal in Action. Wir öffnen ganz einfach Lutris aus dem Menü. Und hier kommen jetzt erstmal verschiedene Fehlermeldungen, falls ihr irgendwelche Sachen noch nicht so aktuell habt. Das heißt jetzt erstmal nicht, dass Lutris dann gar nicht funktioniert oder sowas. Ja, und diese Warnungen sagen euch halt, wenn ihr zum Beispiel ein aktuelles Windows-Game versucht zu spielen, dass es da zu Problemen kommen könnte. Und dann gibt es hier auch noch gleich immer eine Anleitung auf dem Wiki. Die meisten Sachen sind leider auf Englisch. Die einfachsten Englisch-Skills sollten euch da eigentlich ausreichen. Jetzt bin ich hier zum Beispiel auf einer Seite, wo ich die ganzen Treiber installieren kann oder soll. Ihr könnt die Anleitung ja mal befolgen. Und man kann auch den Nvidia-Treiber installieren. Auch schon den Nvidia-Treiber 4.30, also den aktuellsten. Auch dann über Linux Mint zum Beispiel. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wobei ich bei mir das Problem habe, dass Steam dann nicht mehr startet, nativ. Vielleicht funktioniert das Steam innerhalb von Lutris. Das habe ich jetzt tatsächlich leider nicht ausprobiert bis jetzt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es da ebenfalls Probleme gibt. Das heißt, seid mit den Nvidia-Treibern von Lutris etwas vorsichtiger. Natürlich müsst ihr auch zum Beispiel schauen, dass eure Grafikkarte das unterstützt. Aber eigentlich so ziemlich alle GTX-Grafikkarten werden da noch unterstützt. Und dann seht ihr halt eben nochmal die verschiedenen Anleitungen. Und hier auch einmal Installing Vulkan, was zum Beispiel jetzt in meinem Fall das Problem war. Und hier kann ich dann halt auch eben dann zum Beispiel Vulkan nachinstallieren. Vulkan ist ja ein Äquivalent zu OpenGL, falls euch das noch nicht sagt. Womit eigentlich viele Windows-Spiele besser laufen. Ja, genug den Sachen. Ich installiere die ganzen Sachen jetzt erstmal nicht nach. Das ist wirklich ganz einfaches Befolgen der Anleitung. Meistens sind es zwei, drei Befehle. So, dann wähle ich hier mal OK aus. Ansonsten hat er hier jetzt erstmal nichts bei mir zu meckern. Und am Ende kommt halt immer die Nachricht, ja, man kann ja, man sollte Lutris vielleicht unterstützen. Weil das ist halt eben auch am Ende in Anführungszeichen nur ein Open-Source-Projekt, was jetzt auch nicht unendlich finanzielle Mittel hat. Ich wähle einmal OK aus. Und hier ist jetzt nur Lutris gestartet. Und ihr seht, am Anfang sieht das sehr, sehr leer aus. Jetzt ist die Frage, wie füge ich denn am besten Spiele hinzu? Wenn ihr jetzt schon Spiele installiert habt auf eurem System, die hier aber halt noch nicht angezeigt werden, kann man die ganz einfach importieren. Ihr müsst ja nichts neu installieren. Oder, ja, lässt sich auch wunderbar in ein bestehendes System einbinden. Das heißt, ich wähle hier oben einmal das Plus aus. Wähle einmal Import Games aus. Und hier kann man zwischen verschiedenen Plattformen unterscheiden. Also einmal die nativen Spiele. In meinem Fall habe ich jetzt hier kein Spiel installiert. Außer eben Lutris selber, wie wir hier sehen. Lutris unterstützt auch die Synchronisation von GOG.com. Und dann auch einmal Steam Games. Falls ihr Steam auf eurem Rechner installiert habt und dort irgendwelche Spiele gedownloadet habt, werden die ihr euch auch komplett angezeigt. Und dann einmal Steam for Windows. Falls ihr Steam auch über Wine installiert habt, könnten dann hier auch noch Titel erscheinen. Falls ihr irgendwelche Spiele über Steam Proton spielt, werden die ihr euch auch angezeigt. Und werden von Lutris selber als Linux-Spiel erkannt. Was aber eigentlich nicht weiter schlimm ist. Beziehungsweise es funktioniert trotzdem noch alles großartig. Beziehungsweise Lutris macht bei den Steam-Spielen eigentlich nur Starter hier rein. Und das war es. Ich zeige euch das Ganze mal ein bisschen befüllter. Lutris sieht bei mir momentan so aus. Da habe ich halt eben ein paar Spiele, die ich nativ auf Linux installiert habe. Dann eben aber auch nochmal ein paar Steam-Spiele. Und dann eben noch zum Beispiel zwei Spiele, die ich hier einmal über Lutris selber installiert habe, die eigentlich nur Windows unterstützen und nicht Linux. Aber Lutris bietet auch wirklich einfache Installer an, die meinem Gefühl nach besser gepflegt sind als die Play-on-Linux-Installer. Möchte ich jetzt aber nicht meine Hand ins Feuer dafür legen. Und wie ihr nun ein solches Spiel, wie zum Beispiel EVE Online oder Hearthstone oder League of Legends oder sowas, über Lutris ganz einfach installieren könnt, das zeige ich euch jetzt kurz. Und zwar gehen wir hier einmal auf die lutris.net-Seite. Hier sind ja schon verschiedene Spiele gefeatured. Ansonsten haben wir hier einmal das Games-Verzeichnis, wo man eben die verschiedenen Spielereinträge sieht. Kann man ja einfach mal durchgehen, wenn man will. Ja, sind halt einmal teilweise Steam-Spiele, Open-Source-Spiele, aber dann halt eben auch Spiele, die über Wine ganz gut funktionieren. Und das Ganze halt nur über ein Programm. Und das noch mit zusätzlichen verschiedenen Features, die ich euch dann nochmal gleich zeige. Hier können wir jetzt zum Beispiel auch nach verschiedenen Spielen filtern. Zum Beispiel nehme ich jetzt in meinem Fall einfach mal Only Free Games und Sort by Popularity. Und dann wähle ich Apply Filter. Dann kann man hier nochmal nach Plattformen durchsuchen oder eben auch nach Genres. Und hier haben wir zum Beispiel verschiedene Spiele, zum Beispiel Path of Exile, Robocraft, Warthunder oder so, Paladins. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf Fortnite gehen, dann sieht man auch immer gleich einen Status, wie gut das Spiel funktioniert. Ja, hier sehen wir leider den Status Garbage. Game is not playable. Ich denke, verwundert euch jetzt leider auch nicht. Und hier steht dann auch gleich, welche Methode das hier ist, weil es gibt auch teilweise mehrere Methoden. Das zeige ich euch jetzt einfach mal anhand von Hearthstone. Das heißt, ich kann hier ganz einfach in der Suche da oben nach Hearthstone suchen. Da finden wir das Ganze. Ich wähle das Ganze aus. Und hier haben wir jetzt zwei verschiedene Installiermöglichkeiten. Einmal Rhyne mit DirectX 9 to Open GL. Das hat den Status Silber. Funktioniert also super. Und dann haben wir hier auch den Status Gold. Einmal bei Rhyne DirectX 11 to Vulcan. Und hier stehen dann auch nochmal gleich verschiedene Instruktionen, die man hier vielleicht beachten muss. Die Notizen hier drunter zu lesen unter dem speziellen Installer, unter der Installiermethode, die ihr wahrscheinlich da mal durchführen wollt, empfehle ich sehr zu lesen. Zum Beispiel steht hier Important Installer Dependencies First, C, GitHub und so weiter. Klicken wir einfach mal auf den Link. Und dann sehen wir hier auch schon Dependencies for Battle.net. Und da haben wir einmal für Ubuntu basierte Systeme diese verschiedene Pakete. Installieren wir die doch mal ganz schnell mit sudo apt install. Ich habe das Ganze hier einfach nur mal markiert. Und mit der mittleren Maustaste in meinem Terminal kann ich dann gleich den markierten Text einfügen. Das funktioniert nur unter Linux. Sollte aber so ziemlich jede Linux Distribution unterstützen, wenn sie nicht ganz so blöd eingerichtet ist. Und wir geben die Eingabetaste ein und geben unser Passwort ein. Ja, geben J ein und geben nochmal die Eingabetaste ein. Und der Terminal ist viel zu schnell für mich. Das Ganze wird hier in kurzer Zeit installiert. Ja, ich konnte nicht mal ausatmen. Dann ist das hier schon fertig. Wunderbar. Unsere Dependencies haben wir jetzt hier installiert. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück im Browser. Und das Einzige, was wir jetzt nur noch drücken müssen, ist hier einmal install. Und dann fragt jetzt unser Firefox, wollen wir den Link mit Lutris öffnen? Das sollte hoffentlich zur Auswahl stehen. Und ich wähle Link öffnen aus. Gut, jetzt sagt er hier nochmal Missing Vulcan Libraries. This will prevent games using Vulcan. Und das Ganze ist eben ein Spiel, was über Vulcan laufen muss. Das heißt, in dem Fall müsste ich jetzt tatsächlich noch die Instruktionen für Vulcan befolgen. Weißt du was? Das machen wir schnell. Hier einmal Installing Vulcan. Ubuntu Linux mit Ubuntu Base Distros. In dem Fall nehme ich jetzt mal das untere, weil ich in der virtuellen Maschine bin. Das Einzige, was ich eingebe, ist sudo apt install und so weiter. Ich gebe die Eingabetaste ein. Gebe Ja ein. Das Ganze wird in kurzer Zeit installiert. So, gehen wir hier mal wieder zurück. Und zu unserem Lutris Fenster. Hier ihr seht Missing Vulcan Libraries. Hm, ist blöd. Okay, ich wähle einmal Install aus. Hier könnt ihr einen Pfad angeben, wo das Ganze installiert werden soll. Das ist jetzt standardmäßig hier im persönlichen Ordner. unter einem neuen Ordner, der hier gleich erstellt wird, Games. Aber ich tue das jetzt einfach mal zu Programme hinzufügen. Das heißt, ich wähle Browse aus. Wähle Programme aus. Wähle ein Plus hier aus. Und gebe Hearthstone ein. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Und ich wähle OK aus. Und am Ende wähle ich hier Install aus. Und dann steht hier Wine is not installed on your system. Das heißt, in dem Fall muss ich noch zuvor Wine installieren. Dazu wähle ich einmal das Lutris Wiki aus. Und hier seht ihr nochmal die Installationsanleitung für Wine. Schade, dass hier Wine nicht automatisch installiert wird. Ist aber innerhalb weniger Minuten auch erledigt. Und ganz wichtig, diese Prozedur müsst ihr nur am Anfang einmal machen. Das reicht vollkommen aus. Zum Beispiel, ich hatte auf meinem System gar nicht das Problem, weil Wine bei mir schon irgendwie zuvor installiert wurde. Machen wir das mal zügig. In meinem Fall nutze ich jetzt hier einmal Linux Mint 19. Das heißt, ich muss einmal diesen Befehl hier auswählen. Bitte den gesamten Befehl hier auswählen. Das sind keine zwei Zeilen. Ja, wenn ihr eine andere Version nutzt, eben den anderen Befehl in diesem Fall nutzen. Und zum Ende wählen wir sudo apt install, minus, minus install, minus recommends, Wine HQ Staging aus. Wine HQ Staging aus. Haha, ich habe in meinem Fall hier die Wine HQ Paketquellen deaktiviert. Sie sind aber noch da. Dazu muss ich sie wieder aktivieren. Darauf muss man erstmal kommen. Das heißt, ihr seht, wenn jetzt so eine einfache Anleitung gleich auf eurem Computer nicht funktioniert, also so eine populäre Anleitung wie zum Beispiel Wine, dann liegt es meistens an eurem Computer selber, dass ihr irgendwie mal was umgestellt habt. In meinem Fall ist das jetzt hier der Fall. Das ist natürlich sehr blöd. Ja, überlegt da einfach mal kurz, woran kann das liegen oder checkt das einfach mal kurz nach, ob zum Beispiel die Paketquelle jetzt in dem Fall auch aktiviert ist. So, jetzt funktioniert das Ganze. Ich habe tatsächlich den Fehler, the following package have unmet dependencies gehabt. Also, die folgenden Pakete haben zurückgehaltene Abhängigkeiten oder sowas, heißt das. Und dann müssten wir in dem Fall dann diesen Befehl installieren. Habe ich jetzt gemacht. Ja, jetzt wird das Ganze ausgeführt. So, Wine wurde jetzt in meinem Fall installiert. Das heißt, ich kann den Terminal soweit schließen. Ich minimiere das Ganze nochmal. Ich wähle OK aus. Jetzt stört das wahrscheinlich ab. Nein, nicht. Okay, kam nur die Fehlermeldung. Vielleicht hat er das schon gecheckt, dass jetzt so ein installiert wurde. Oder er läuft einfach so weiter. Beziehungsweise, ja, wenn da irgendwelche Warnmeldungen aufkommen, lest euch in diesem Fall bitte diese genau durch. Schaut da nicht nur mal grob drüber. Das ist in solchen Fällen eigentlich schon relativ wichtig, weil meistens in solchen Zeilen irgendwo eine kleine Information versteckt ist, die tatsächlich mal wichtig ist. Und ja, kann man leider nicht viel anders machen, als eben diese Versuchen zu finden. So, in meinem Fall wird jetzt nach ein paar Paketen gefragt, die Wine noch zusätzlich brauchen könnte. Ich würde euch empfehlen, diese alle zu installieren. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches, dass alles soweit funktioniert. So, das Skript läuft währenddessen so ein bisschen durch. Hier können wir einmal unsere Sprache auswählen. Ich wähle weiter aus. Und ja, befolgt einfach die Anweisungen dann des Installers. Hier im Hintergrund sehen wir auch ein paar Infos. Dann wähle ich jetzt hier mal weiter aus. Bitte das Installationsverzeichnis nicht ändern. Und genau, dann wird das Ganze installiert. Außerdem ist auch wichtig, wenn ihr irgendeine Anwendung darunter installiert, bitte nicht dann gleich sofort starten, solange das Skript hier noch im Hintergrund läuft. Das könnte nochmal irgendwelche blöde Auswirkungen haben. Wurde jetzt hier nicht explizit verlangt, aber ich würde es euch einfach mal empfehlen. So, Installation finished. In meinem Fall hat er jetzt nicht gefragt, ob ich jetzt den Battle.net Launcher gleich starten soll. Und dann können wir jetzt hier auch nochmal einmal ein Desktop-Icon kreieren oder auch einen Eintrag im Menü erzeugen, was ich jetzt zum Beispiel in meinem Fall mal mache. Okay, ich belasse das jetzt aber hierbei, weil ich hier in der virtuellen Maschine bin. Ich zeige euch das Ganze jetzt aber mal auf meinem Hauptrechner hier. Und zwar starte ich jetzt in meinem Fall einfach mal Hearthstone. Ihr seht, ich habe es hier auch über Wine installiert. Jetzt wären wir hier zum Beispiel auf unserem Battle.net Launcher. Ich habe Hearthstone hier installiert und kann das jetzt auch gerne einfach mal kurz zeigen, dass es auch funktioniert. Jetzt öffnet sich der ganze Spaß natürlich auch auf dem falschen Bildschirm. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das ändern? Und das ist eine sehr, sehr schöne Funktion von Lutris. Nicht nur die Wine-Spiele kann man ein bisschen modifizieren, sondern auch die ganz normalen Steam-Spiele. Zum Beispiel habe ich das Problem mit Poly Bridge, dass irgendwie die Auflösung gar nicht richtig erkannt wird, weil ich eben drei Bildschirme habe und der irgendwie versucht, Poly Bridge auf die ganzen drei Bildschirme zu projizieren oder keine Ahnung, was da falsch ist. Jedenfalls ist das so bis jetzt ein Graus gewesen. Ich habe zwei Einstellungen in Lutris vorgenommen und dann funktioniert das Ganze schon. Welche das sind, das zeige ich euch jetzt in dem Fall auch bei Hearthstone, weil ich jetzt in dem Fall so ein ähnliches Problem habe. Ich wähle Rechtsklick darauf aus und wähle Configure und gehe ich hier mal auf System Options und dann kann ich hier einstellen, wie ich das Ganze hier haben will und habe hier auch nochmal Show Advanced Options angehakt. Ansonsten haben wir hier ein paar weniger Sachen und jetzt muss man sich einfach nur ein bisschen zurechtfinden. Ihr seht, hier gibt es noch viele, viele andere Optionen, die ihr euch mal gerne durchschauen könnt. Ich würde sie jetzt aber nicht zu sehr verändern, außer ihr wollt was ausprobieren oder so. Aber jetzt in dem Fall können wir zum Beispiel einmal unseren Fullscreen Monitor auswählen und jetzt habe ich hier in meinem Fall diese drei Stück. In meinem Fall nehme ich jetzt HDMI 0 und dann könnte man dann auch nochmal die Auflösung selber ändern. Ja, brauche ich jetzt in meinem Fall aber nicht und ja noch ganz viele verschiedene andere Optionen. Aber mir reicht es vollkommen, dass ich hier meinen Fullscreen Monitor ändere und dann wähle ich Save aus und dann starte ich das Ganze einfach nochmal. In meinem Fall musste ich jetzt bei Hearthstone auch nochmal die Auflösung hier richtig einstellen auf 1920x1080 und dann kann man hier eben auch nochmal die Qualität in den Einstellungen einstellen, mit dem hier Vollbild aktivieren und genau, dann hat er das hier gleich geschnappt, dass das hier unser Vollbildbildschirm quasi ist und in meinem Fall stelle ich die Qualität jetzt auch einfach mal auf hoch und dann wähle ich zum Starten klicken. So, ihr seht hier Jaina vs. Milhouse. ManaSturm, okay. Krasser Typ. Und ja, ihr seht, okay, jetzt genau erklärt er hier irgendwas. Jedenfalls, ihr seht, das Spiel funktioniert. Ich will hier jetzt gar nicht mehr machen. Und damit wäre ich eigentlich mit der Vorstellung von Lutris auch schon fertig. Bringt ein paar nette Features mit. Und das Schöne ist, man kann halt hier eben seine ganzen Spiele von den verschiedensten Plattformen mit einem Doppelklick starten. Schaut euch das Ganze mal als Spieler an. Kann ich euch nur empfehlen. Und ansonsten wäre es das jetzt zu meinem Video heute. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen mit Lutris habt, wie euch das Ganze gefallen hat und falls ihr noch ein paar Tipps für die Einsteiger da draußen habt, könnt ihr sie auch sehr, sehr gerne in die Kommentare posten. Würde mich und die Einsteiger sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen Erfahrung teilen könntet. Das wäre es soweit gewesen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen guten Abend oder wann auch immer ihr das Video schaut. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020